Medienneutrale Farbkommunikation Gemeinsam mit der Initiative zur Förderung der Farbkommunikation «Freie Farbe» habe ich mich einmal diesem Thema angenommen. Wenn heute PDF-Dateien in eine Druckerei gelangen, sind diese meist nicht durchgängig medienneutral aufgebaut. Sie kommen vermutlich als PDF-X1A zum Beispiel, was bedeutet, dass alle Bilddaten und auch die Vektordaten darin auf CMYK umgerechnet werden und es enthält vielleicht noch Schmuck- oder Volltonfarbe. Diese Dateien gelangen dann in einen PDF-Workflow und werden vermutlich da farbverrechnet auf eine gewisse Ausgabe oder erst am Schluss auf einem RIP eines solchen Ausgabegerätes. Diese Farbumrechnung kann dann meistens nicht farbmetrisch korrekt vorgenommen werden, weil die Daten, wie bereits erwähnt, nicht medienneutral aufgebaut wurden. Wie geht heute ein Gestalter vor? Er geht meist so vor, dass wenn er Vektorlogos kreiert, dass er bestehende Farbbibliotheken aus einer Software auswählt und dann eine Farbe definiert. Dann hat er sich eigentlich bereits schon auf etwas festgelegt, was oftmals in anderen Farbsystemen nicht dargestellt werden kann. Unser Vorschlag hier ist eigentlich ein umgekehrter neuer Weg. Wir werden nicht aus reinen Volltonfarben ein Logo kreieren in Farbe, sondern man geht anhand eines C-Lab-Fächers und definiert eine Farbe, die möglichst in allen Farbsystemen in L-A-B, R-G-B und C-M-I-K gleich ausschaut. Möchte ich dann zum Beispiel ein Auto beschriften, dann haben diese meistens Folien, welche von Farbherstellern geliefert werden und diese kann dann immer noch in der Reinheit etwas abweichen, aber in den anderen Systemen bleiben solche medienneutral gestaltete Logos in der Anmutung gleichmässig. Ich habe somit keine Fesseln, welche unterschiedliche Farben von meinem Logo zufolge haben. Der Farbfächer von DTP Studio Oldenburg ist so aufgebaut, dass wenn ich eine Farbe auswähle, ich jeweils die L-A-B, S-R-G-B, Hex und C-M-I-K-Werte sehe, wobei L-A-B, S-R-G-B und Hex medienneutral sind. Diese Daten kann ich dann in einem Farbwähler in einem Programm eingeben und so Farbdefinition medienneutral erstellen. Danach wäre der Weg für eine Crossmedia Produktion, dass der Dienstleister erst bei der Ausgabe in das von der Ausgabe verlangte Farbsystem umwandelt und gemäss auch den Medien, die man einsetzt, also den Papieren und so weiter. DTP Studio Oldenburg bietet ebenfalls einen digitalen Farbatlas an. Das ist eine Software, wo ich Farbe am Monitor bestimmen, vergleichen kann in andere Systeme und die Farbrezepturen herauslesen kann. Eine Demo dieses Farbatlases können Sie unter unten stehendem Link herunterladen. Dem Farbatlas können Sie als Vollversion, als USB-Stick, DVD oder Download zu den angegebenen Preisen bestellen. Die Farbfächer können Sie als Set oder einzeln HLC-LAB zu den genannten Preisen bestellen. Neue Wege bedeuten meist ein Umdenken und ich muss mich einmal mit dem Thema befassen. Testen Sie es einmal aus, wenn Sie Vektor und Pixeldaten in medienneutralen Farben aufbereiten und so auf verschiedene Ausgaben ausgeben. Sie werden sehen, das Resultat wird diesem Weg Recht geben. Weitere Filme zum Thema freie Farbe werden von der Initiative hier auf Come to Publish folgen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.